Hallo ihr Lieben! Ja, ich nehme euch heute wieder ein bisschen mit. Ihr hattet euch ja gewünscht, dass ich euch so ein bisschen im Prozess von unserem Umzug mitnehme. Und ja, jetzt schlafen beide Kinder gerade und ich dachte, ich nutze die Zeit mal kurz und nehme nochmal die Kamera in die Hand. Ihr seht, im Hintergrund die Kistenstapel wachsen und wachsen und wachsen. Also es ist hier wirklich nicht mehr von Gemütlichkeit im Wohnzimmer zu sprechen. Wundert euch bitte nicht über diese Kartons. Die haben wir geschenkt bekommen. Also von daher hier keine Werbung oder dass wir da Riesenvorräte davon da haben. Wir haben die geschenkt bekommen, die Kartons. Die sind super praktisch. Aber ihr seht schon, also es wächst wirklich richtig hoch so langsam unsere Kartons. Da unten steht auch noch einer. Gardinen sind mittlerweile auch schon ab. Also ja, wohnlich ist es jetzt hier so langsam nicht mehr wirklich. Aber ja, wir stehen auch immer näher unserem Umzug entgegen. War das jetzt Deutsch? Der Umzug kommt immer näher und dementsprechend bin ich froh natürlich, dass die Kistenstapel wachsen. Und ja, wenn es jetzt hier eben nicht mehr so gemütlich ist, dann bedeutet es ja nur, dass wir ja mit jedem Karton, der da noch weiter steht und näher dem Umzug entgegen kommen. Und ich will mich erstmal für euch bedanken für die Nachrichten, die ihr mir auf das Video zugeschickt habt. Als ich so ein bisschen erzählt habe, dass ich die Situation gerade super anstrengend finde, dass ich mich zerrissen fühle zwischen ich möchte noch mehr beim Umzug erledigen. Ich möchte eigentlich noch mehr auch am Haus machen können. Und gleichzeitig muss ich oder will ich natürlich für meine Kinder da sein. Und dieser Zwiespalt, den habe ich nach wie vor. Aber die Motivation und die Vorfreude sind jetzt wieder überwiegend. Mein Mann hat mir super tolle Bilder geschickt und kleine Videos von der Baustelle. Und da geht es jetzt wirklich sowas von Schlag auf Schlag. Also das Haus-Update, was ich euch als letztes online gestellt habe, das ist schon wieder so viel Neues dazu gekommen. Ich kann euch jetzt hier vielleicht mal ein paar kleine Bilder einblenden. Also es ist jetzt der Boden drin in Küche und Abstellkammer. Es ist der Boden drin im Wohn-Esszimmer. Der Boden in Ninos Zimmer. Die Wände, die sind jetzt wirklich nochmal richtig gut nachgestrichen worden. Da gab es einige Dinge, die mussten nochmal korrigiert werden, nochmal nachgebessert werden. Aber das sind jetzt solche Dinge gerade. Gerade die Wände weiß und die Böden drin, das sind wirklich so zwei Dinge, die ganz, ganz, ganz viel ausmachen. Und ja, ich kann mich gar nicht satt sehen an den Bildern, die mein Mann mir da immer schickt. Ich halte euch da auch gerade so ein bisschen auf Instagram am Laufenden. Wenn ihr da noch aktuellere Infos wollt als hier auf YouTube, dann folgt mir doch auch gerne auf Instagram. Ich blende euch jetzt hier unten irgendwo nochmal meinen Profilnamen ein. Freue ich mich immer sehr drüber, wenn ihr mir da auch folgt. Und ja, also das sind jetzt wirklich gerade die Motivationsschübe, wo ich sage, ja, jetzt geht es wirklich in die richtige Richtung. Und man sieht jetzt eben auch wirklich richtig krasse Veränderungen. Es ist jetzt nicht mehr lange, dann kommt natürlich auch die Küche. Und ja, so Sachen wie die Waschtische können jetzt demnächst in den Bädern aufgehangen werden. Die Armaturen alle angebracht werden. Die riesigen, großen, schönen Spiegel, die ich bestellt habe. Also ja, da freue ich mich drauf. Es wird nach wie vor noch einiges offen sein, wenn wir umziehen. Ich glaube zum Beispiel, die Fliesen im Garderobenbereich werden wir nicht mehr schaffen können zu legen. Abgesehen von dem ganzen Scheunenausbau, der ja auch noch aussteht. Ich weiß nicht, ob wir alle Wände vorher schaffen zu streichen, die Sockelleisten, wie auch immer. Also da gibt es noch unglaublich viel auch natürlich zu tun, wenn wir dann drin sind. Aber es muss natürlich einen gewissen Stand haben, dass wir da mit zwei kleinen Leimkindern unter anderem ein Baby einziehen können. Und ja, da passiert gerade wirklich viel. Und ich freue mich, ich freue mich wirklich, weil dieses Projekt Haus, das zieht sich ja jetzt für uns schon so lange. Die erste Besichtigung in dem Haus war Februar 2020. Ja, und dann haben wir ja da so viel Zeit auch schon verbracht im Frühjahr 2020. Wir durften ja schon lange in das Haus rein, bevor wir überhaupt beim Notar waren, um ja schon mal auszuräumen. Das war ja vollständig mobiliertes Haus. Da könnt ihr gerne auch nochmal, wenn es euch interessiert, in die ersten Hausvlogs reinschauen, wo ich euch auch wirklich von Anfang an schon mitgenommen habe. Wir haben da alles selber, ich will jetzt nicht sagen entrümpelt, aber alles leer geräumt. Ich habe mit Nino da in der Zeit so viel schon im Garten gespielt. Wir hatten einen kleinen Sandkasten. Er durfte da die Blumen diesen letzten Sommer und Gott, er war ja da auch noch so klein, wenn ich mir jetzt die Videos angucke, die ich damals gemacht habe. Krass, also er ist jetzt einfach schon so groß geworden in dem einen Jahr. Ja, wir haben da wirklich schon viel, viel Zeit verbracht. Und dann natürlich das ganze richtige Baustellenthema, wo wirklich alles rausreißen, alle Wände offen, wirklich richtig Kernsanierung. Da stand ja wirklich nur noch fast die Außenmauer aufeinander. Und ja, jetzt wird es wirklich so langsam, die Bäder sind gefließt und die Badewanne steht. Und ja, also ich freue mich. Aber es muss ja jetzt auch wirklich langsam mal in die Richtung gehen, weil ja, der Einzug rückt näher. Der Plan ist nächste Woche für uns umzuziehen. Und ich bin gespannt, ob wir diesen Termin, den wir uns jetzt gesetzt haben, dann auch wirklich halten können. Weil ja, wir haben es jetzt, glaube ich, zum dritten Mal schon für uns selber schieben müssen. Weil einfach auch viele Dinge noch aufgekommen sind, die so nicht planbar waren. Was aber auch bei so einer großen Sanierung, bei so einem großen Sanierungsprojekt, ja, einfach auch, denke ich, vorkommen kann. Normal ist, da kommen eben dann auf die letzten Meter dann noch Dinge in diesen alten Gemäuern zutage, mit denen man dann nicht gerechnet hat. Wir müssen teilweise noch Böden ausgleichen, weil die so schief sind, dass wir da nicht wirklich ordentlich Belag drauflegen können und solche Dinge. Aber ja, es ist jetzt nochmal viel Arbeit on top. Es kostet nochmal viel Zeit und natürlich auch Geld. Aber danach haben wir dann wirklich auch ein Haus, das auf dem neuesten Stand ist, was Elektrikleitungen, Wasserleitungen und so weiter angeht. Und ja, dann haben wir dann hoffentlich, wenn dann mal irgendwann alles fertig ist, wobei kann man das bei einem Haus sagen, irgendwann ist alles fertig. Ich glaube, was zu tun hat man immer, aber dann haben wir wirklich, was so die großen Sachen angeht, erstmal wirklich Ruhe. Wir zittern und warten jetzt noch, dass auch endlich unsere bestellte Haustür ankommt. Also die Hauseingangstür, da warten wir jetzt auch schon Ewigkeiten drauf, über drei Monate jetzt schon. Und ja, wenn die kommt, dann kann auch endlich dann da im vorderen Bereich noch die paar Fliesen gelegt werden. Und ja, alles andere müssen wir dann wirklich schauen, wenn wir da drin sind. Ich bin so aufgeregt. Also wenn ich daran denke, kriege ich irgendwie so total, ja so Herzrasen, bisschen Panik, Vorfreude. Ich glaube, das habe ich auch schon mal im Vlog erwähnt. Vorfreude, Angst, wie wird es mit den Kindern, wie klappt alles und kommt meine Küche rechtzeitig. Das ist ja für mich auch nochmal so ein großes Thema, aber naja. Egal, über die Küche haben wir, glaube ich, genug gesprochen. Aber ich freue mich halt wirklich ziemlich drauf. Ja, wie gesagt, ich wollte einfach heute mal euch hier ein bisschen durch die Wohnung mitnehmen. Was ich alles schon gepackt habe, welche Schränke leer sind, was ich noch machen möchte, wo ich noch aussortieren möchte. Macht da einfach mal jetzt in diesem Vlog so ein bisschen so einen Rundgang mit euch. Und ja, nehmt euch da einfach mal mit, wie es hier bei uns jetzt aktuell zu Hause gerade noch aussieht. So, der nächste Tag. Ich habe es gestern nicht mal geschafft, euch die Sachen zu zeigen. Ja, irgendwie kam vieles dazwischen, aber ich konnte noch ein bisschen weiter packen. Deswegen ist, kann ich euch gleich mal zeigen, der Stapel der Umzugskisten ist auch nochmal gut angewachsen. Nino macht gerade Mittagsschlaf und Leo-Mäuschen ist noch hier bei mir. Wir machen noch hier ein bisschen Spielen. Und dann schaue ich mal, ob er auch nochmal schlafen will. Er hat nämlich vorher erst lange Vormittagsschlaf gemacht. Deswegen, ne? Bist du jetzt wahr? Ist das Mäuschen jetzt wahr? Ha ja? Ha ja? Ha ja? Kannst du auch was erzählen? Ha ja. Genau. Ja. Einerseits ist es irgendwie anstrengend, wenn die Kinder nicht parallel schlafen, weil ich dann natürlich zu fast nichts komme. Andererseits ist es halt irgendwie auch schön, ja, jeweils die Exklusivzeit mit den Kindern zu haben. Das heißt, heute Vormittag dann eben mit Nino und jetzt mit dem kleinen Leo, ne? So ein fröhliches kleines Baby. Ne? Und es macht jetzt echt Spaß, mittlerweile so richtig mit ihm zu spielen. Also er ist jetzt auch schon mobil. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Aber, ah ja, wenn man vom Teufel spricht, ne? Vierfüßler Stand klappt schon sehr, sehr gut. Und vor allem Robben. Ne? Also kann gut sein, dass er jetzt dann gleich hier rüber zu dem Laster, den liebt er nämlich. Da robbt er sehr, sehr gerne hin vom Nino. Dass er da sich jetzt gleich auf den Weg macht. Weil dann ist er nämlich immer super happy, wenn er den dann, ähm, ja, selber, selber erreicht, ne? Na hier. Macht so lustige, süße Sachen in letzter Zeit. Ja, das ist echt krass, wie schnell das geht. Er ist jetzt fast acht Monate alt und wo, um Himmels Willen, ist die Zeit hin? Also ich finde es so krass, wie schnell das einfach ging. Er ist auch so anders jetzt einfach. Also nicht mehr dieses, dieses hilflose, kleine Baby, sondern, sondern er ist jetzt so, wie wirklich schon mobil und versucht sich mitzuteilen. Und, ähm, ja, du so, Robben, ähm, versucht sich mitzuteilen und, ähm, ja, das seht ihr das. Also er ist auch wirklich, ähm, er ist auch wirklich schnell. Ne? Du bist ja wirklich schnell. Häh, ja? Häh, schnell bist du? Müssen wir richtig aufpassen. Manchmal muss ich ihn tatsächlich, ähm, kurz suchen. Dann ist er irgendwie hier hinter der Couch oder so. Ähm, muss man jetzt richtig schauen, was man wo, wo liegen lässt. Und, und, äh, ja, dass auch nichts von, von Nino rumliegt. wo er sich ran verschlucken könnte also es ist schon ja eine spannende zeit wenn die kleinen mobil werden genau und übrigens deswegen bin ich froh dass wir diese decke haben das ist nämlich so ein bisschen kürbis noch vom mittagessen also ich kann das wirklich nur empfehlen an alle mamis wenn die kinder anfangen breit zu essen oder generell anfangen mit der mit der bei kost egal ob brei oder oder fingerfood und die dann eben auch vermehrt auf dem bauch liegen und mobil sind krabbeldecke nach dem essen und wenn dann nämlich noch was kommt dann ist nämlich wenn ihr einen teppich habe nicht gleich der teppich versaut sondern die schmeiße ich jetzt nachher dann einfach schnell in die waschmaschine und dann ist auch wieder gut ich kann mal gucken ob ich noch so eine ähnlich finde ich glaube die gibt es gar nicht mehr so die ist von belly button aber ich meine ich habe eine ähnliche gefunden weil die ist wirklich gut schmeiße ich in die waschmaschine die flecken gehen super raus und danach auch in trockner und dann kann ich die direkt schnell wieder verwenden also eine große empfehlung wenn man seinen teppich ein bisschen schonen möchte weil den kann man nicht so ohne weiteres in die waschmaschine schmeißen ja wie kleiner krabbel fix genau von daher wollte ich jetzt noch kurz den stapel zeigen mein karton stapel ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen umgestellt und auch ja noch etwas weiter dazu gepackt also es wächst langsam in die höhe und wie gesagt später wenn nino wieder wach ist von seinem mittagsschlaf dann zeige ich euch mal was hier in der wohnung alles schon ausgeräumt ist und hier zu dem einkaufswagen geräumt gerade eben lagern nämlich noch hier auf der decke und zack ihr seid dahinten noch so kraft geht so schnell hier kann man hier hier kann man hier mal ganz toll mit sitten es macht dann stolz wird richtig richtig stolz Hi! Hi! Verlierst du deine Hose gleich? Ich habe wirklich eine Wildskraft, hier sich überall hin zu robben. Sieht super anstrengend aus, aber... Hier. Aber er erreicht sein Ziel. Also wir spielen jetzt noch ein bisschen und dann kommt nachher die kleine Wohnungstour, was alles schon leergräut ist. Das ist übrigens auch eine super Empfehlung von mir, wenn die Kinder mobil werden. So ein Stehauf-Spielzeug mit einem Glöckchen drin, weil das ist so interessant, da robbt er so oft hinterher und freut sich, wenn er das dann einfach in die Hand bekommt und es wackelt und Geräusche macht und dann auch wieder aufsteht und vielleicht dann auch ein Stück weit weg kullert. Animiert sehr zum Hinterherrobben und ja, es ist halt ein Erfolgserlebnis, weil das nicht so weit weg kullert wie zum Beispiel einem Ball oder ähnliches. Kann ich euch auch mal ein ähnliches verlinken. Wir haben das hier von Freunden gebraucht, geschenkt bekommen von ihren Kindern, als die raus waren und ja. Aber ihr seht auch, der Laster, der ist hochinteressant immer. Mit dem spielt er irgendwie auch total gerne und ich bin sehr happy, dass Nino das auch zulässt. Also er nimmt es zwar schon manchmal weg, klar, aber grundsätzlich sagt er jetzt nicht, nee, Leo darf gar nicht damit spielen oder so. Also von daher, ja, ich hoffe, es bleibt auch so. Es ist einfach nur zu süß, da zuzugucken, wie er da Spaß hat, hinterher zu kommen. Könnte ich stundenlang zugucken. Und er ist auch so zufrieden. Also, seitdem er da so ein bisschen mobil ist. Super süß. Super süß. Hi, Baby. So, jetzt endlich, wie versprochen, das Update hier aus der Wohnung, was ich alle schon eingepackt habe. Also ich habe euch ja vorher hier den Kistenstapel gezeigt. Es ist immer mehr in den Kisten jetzt schon gelandet. Also hier unsere Kommode, die ist eigentlich nahezu komplett schon ausgeräumt. Da waren so Bürosachen drin, ganz viel für meine Selbstständigkeit, für Muckelwunder war da drin. So eine Schublade mit Stiften und so weiter. Das habe ich alles schon weggeräumt. Ganz viel Ladekabel, Gedöns und so weiter. Das Einzige, was jetzt hier noch hier vorne in dem Schrank drin ist, ist unsere Naschischublade. Da kaufe ich aber ehrlich gesagt auch nicht mehr viel generell, was Lebensmittel angeht. Und sehr, sehr wenig, jetzt nur noch wirklich exakt das, was wir brauchen. Dann piepst ja da das wenig von jetzt noch. Dass da halt wirklich nicht mehr so viel zum Umzug da drin ist. Genau. Dann hier unser TV-Board. Da habe ich auch schon beide Schubladen ausgeräumt. Da waren Kerzen drin, also so Teelichter und sowas. Und auch nochmal irgendwie ein bisschen Bürokrams. Zeug von der Playstation von meinem Mann. Die habe ich auch schon abgebaut, die Playstation. Hier der Hängeschrank. Da war auch ehrlich gesagt ein bisschen ein Fach drin, wo ich nur so Sachen reingeschmissen habe. Das habe ich auch schon aussortiert und ausgeräumt. Die Weingläser sind jetzt noch drin. Da muss ich mir noch überlegen, wie ich die einpacken will. Im Flur. Den Schrank, den muss ich auch noch ein bisschen aussortieren. Das sind natürlich, hängen unsere Jacken drin. Aber auch, da sind noch Mützen und Handschuhe und Schals und so weiter. Da werde ich auf jeden Fall nochmal einiges aussortieren. Hier in unserem Sideboard habe ich auch so Halstücher und sowas. Ganz, ganz, ganz krass aussortiert. Ich habe mich von ein paar Handtaschen getrennt. Ja, die brauche ich einfach irgendwie nicht mehr. Also ich meine, gerade bin ich eh mit Wickelrucksack oder Wickeltasche unterwegs oder mal meinen kleinen schwarzen Rucksack, wenn ich nichts zum Wickeln dabei haben muss. Aber ansonsten, ich brauche einfach irgendwie diese ganzen Handtaschen, die ich mir über Jahre gekauft habe. Gerade für das Büro oder wenn man mal irgendwie weggeht oder so. Ich brauche das alles nicht mehr. Also ich kaufe mir dann lieber mal ein oder maximal zwei richtig, richtig tolle. Und ja, das war es dann. Also ich möchte eigentlich wirklich gar nicht mehr so viel haben. Von daher, ja. Badezimmer, da haben wir hier auch so einen Hängeschrank. Der, da war, das ist so ein Lager gewesen. Duschgel, Bodylotion und so weiter. Das habe ich schon rausgeräumt. Hier ist jetzt noch eine Kiste. Da ist das ganze Zeug drin, was ich zum Waschen immer brauche. Handtuchlager ist da drin, aber der ist eigentlich auch schon so gut wie leer. Dann den Waschtisch und so. Das muss ich alles noch ausräumen und auch nochmal aussortieren. Der Spiegelschrank, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Dann die Küche. Küche ist auch schon einiges passiert. Hier oben ist schon leer. Da waren Keksdosen drin, so einen Tortenbehälter zum Mitnehmen. Hier ist auch schon komplett leer. Da waren meine ganzen Backformen drin, Springformen, Muffinformen, wie auch immer. Hier unten, das sind meine beiden, ja, wie soll ich sagen, Horrorschubladen. Das ist voll mit Topordosen und so weiter. Ich brauche unbedingt ein neues System, eine neue Ordnung im Haus. Die will ich demnächst jetzt noch ausräumen. Dann hier, da ist ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel drin. Da war Nudelmaschine und so weiter drin. Was war denn da noch alles drin? Pürierstab, auch nochmal so eine große Form zum Backen. So ein, wie nennt man das? Kasserolle, glaube ich. Ansonsten sind jetzt hier nur noch ein paar Brettchen drin. Meine Waage, die ich für den Brei von Leo brauche. Da oben, das ist ein ganzer Stapel. Wo muss ich denn hinzeigen? Da. Bedienungsanleitung für die ganzen Geräte hier für die Küche. Das bleibt natürlich drin. Hier sind noch lauter Gewürze drin. Geschirrtücher, da waren auch ganz viele Keksdosen drin. Das habe ich auch alle schon ausgeräumt. Hier oben, da, da waren auch noch, blöd mit der Sonne, da waren auch noch ein paar Sachen zum Backen drin. So, so und so, so Gärkörbchen, um Brot selber zu machen. Da sind jetzt auch nur noch die Sachen drin, die hier dann auch zum Backofen dazu bleiben. Also so die beiden Backbleche und noch ein zweites Ross. Ähm, hier ist noch, ähm, eine Wok drin. Den muss ich noch ein Bräu anpacken und, ähm, so ein Bräter. Äh, da oben waren auch, da, waren auch Backformen drin. Ich habe so unglaublich viele Backformen. Ähm, aber, ja, vieles habe ich auch ehrlich gesagt vergessen, dass ich sie habe, weil die so blöd hier in der Küche eingeräumt waren. Und gerade in den ganz oberen Schränken, da komme ich auch nie ohne Leiter hin, ähm, dass ich die wirklich nicht benutzt habe. Und das, ähm, will ich in der neuen Küche ganz, ganz anders strukturieren. Ähm, da nehme ich euch auch mit, äh, aber das wird, ja, da werde ich ganz, ganz, ganz viel anders machen als hier. Dann, hier habe ich schon aufgeräumt. Ihr erinnert euch vielleicht, ähm, hier herrscht da das reinste Chaos drin. Ich habe es jetzt mal zumindest ausgeräumt und, ähm, schon aussortiert. Also da waren tatsächlich auch ein paar Tees drin, die nicht mehr gut waren. Jetzt bin ich gerade ganz fleißig hier noch am Aufbrauchen. Ganz viele Tüten, da ist nur noch, ähm, sehr, sehr wenig drin. Ähm, passt ja auch gerade ganz gut durch die, zu der kälteren Jahreszeit jetzt hier wieder. Also das, ähm, ist jetzt schon ordentlich. Hier ist auch schon alles ausgeräumt bis, ähm, auf unser Müsli, was wir immer noch zum Frühstück essen. Und da oben ist auch nur noch der Dekanter drin, den muss ich auch noch, ähm, einpacken. Hier, ähm, oh Gott, da oben, da war auch, da ist jetzt auch schon leer. Ganz, ähm, grustelig, furchtbar. Da war eine Etagere drin, die habe ich jetzt schon eingepackt. Aber auch noch, ähm, unsere Fahrradtrinkflaschen, ähm, Weizengläser von meinem Mann. Ähm, hunderttausend Sachen auch gerade da oben in dem Fach nur reingeschmissen. Also es hatte auch überhaupt keine Ordnung. Furchtbar, ähm, aber auch ganz viele Sachen, die ich jetzt noch aussortiert habe. Irgendwelche, ja, was man einfach nicht mehr so benutzt. Was ich gemerkt habe, das hatten wir ganz, ganz lang nicht in der Hand. Und das habe ich jetzt, ähm, nicht grandios, ähm, ganz, äh, wie sagt man denn, skrupellos nicht, aber ganz, ähm, konsequent aussortiert. Ähm, und da sind jetzt hier auch nur noch, ähm, Teetassen drin und unsere Gläser, die wir zum Trinken brauchen. Hier oben habe ich schon, ähm, alles ausgeräumt. Da ist jetzt nur noch unsere Kaffeemaschine. Die hatte ich mal fürs Haus gekauft. Die, ähm, die, ähm, die, ähm, die will ich jetzt hier nochmal benutzen, wenn wir den Umzugstag haben, um für die Helfer, ähm, hier eine Kanne Kaffee zu kochen. Hier habe ich auch, ähm, so eine Thermoskanne. Und hier hatte ich noch im Schrank gefunden, so, ähm, Pappbecher. Ähm, ganz praktisch. Das brauche ich nämlich jetzt hier auch keine, ähm, Kaffeebecher dann für den Umzugstag geben, bereitstellen, sondern dann kann sich jeder sowas nehmen. Ähm, hier meine, ähm, mein Brotkasten. Den habe ich jetzt nochmal schön sauber gemacht. Das habe ich auch schon ausgeräumt. Den packe ich jetzt dann ein, wenn, ähm, leer ist. Hier unten der Schrank ist eigentlich auch nahezu schon leer. Da war meine Küchenmaschine drin. Ähm, ein paar Sachen zum Grillen, so ein paar Zubehörsachen. Das habe ich auch schon alles eingepackt. Also Küche ist eigentlich, ähm, bis auf die Sachen, die wir eben noch brauchen. Und, ähm, so diese Tupper-Schublade ist eigentlich schon hier sehr, sehr viel ausgeräumt. Und dann zeige ich euch jetzt noch Flur und Nios Zimmer. Schlafzimmer habe ich noch gar nichts gemacht. Aber, ähm, ihr kennt ja vielleicht diesen riesigen, großen Einbauschrank hier bei uns hinten im Flur. Da ist so viel Stauraum drin, dass ich wirklich Panik hatte, die auszusortieren und auszuräumen. Also, ich meine, da vergisst man auch gerne irgendwelche Sachen. Aber hier ist jetzt auch schon ganz, ganz, ganz viel leer. Da waren unsere Spiele drin. Ähm, ein paar Putzsachen habe ich schon eingeräumt, ähm, die ich nicht mehr brauche. Hier oben, ähm, da, äh, sind noch meine ganzen Einmachgläser. Die muss ich noch einräumen. Das habe ich noch nicht gemacht, aber da ist auch schon ganz viel aussortiert. Hier ist, glaube ich, gar nicht so viel drin. Das sieht nur so voll aus, weil die Picknickdecke so viel Platz wegnimmt. Und auch noch mal ein paar Einmachgläser hier. Da ist unser ganzes, ähm, Kamerazubehör und so weiter drin. Und hier, 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 ist schon alles leer. Da war meine sämtliche Deko drin. Also, da bin ich sehr, sehr stolz, dass die schon weg ist. Ähm, weil das waren echt viele Kartons. Da habe ich aber auch sehr viel aussortiert. Dann hier in dem Schrank, da habe ich, ähm, auch schon aussortiert, aufgeräumt, ähm, mir einen Überblick verschafft. Hier oben sind, ähm, Kaffeevorrat, ganz, ganz wichtig. Hier sind noch ein paar Sachen für die, ähm, Kinder zum Snacken. Und hier unten ist so ein bisschen mein Trockenvorratsschrank. Ähm, keine Ahnung, Nudeln, ähm, ein paar Gläser mit Pesto, äh, was haben wir denn da noch drin? Diese Milch, ähm, lagere ich hier und das, ähm, Wasser für Nino. Da habe ich jetzt, wie gesagt, mir einen Überblick schon, ähm, verschafft. Und ich koche jetzt auch wirklich alles so die nächsten Tage hier noch, dass, ähm, das dann auch weg ist, zum größten Teil, wenn wir umziehen. Auch, ähm, wo ich auch einen guten Überblick jetzt habe, ist Kühlschrank und unser Gefrierfach. Also, da ist wirklich auch nicht mehr viel drin. Mein Mann, der kriegt immer schon so ein bisschen die Krise, wenn er in den Kühlschrank guckt, weil der sagt, es sieht schon so leer aus, gibt es denn hier noch was zu essen? Ja, aber eben, ähm, nur noch, ja, nicht mehr so viel vorätig wie sonst. Dann hier oben habe ich auch schon ganz, 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 oben ist auch schon leer, das ist Fach. Dann hier ist, ähm, noch Geschenkpapier drin und hier noch so ein paar Sachen, ähm, um Geschenke zu verzieren. Da muss ich noch, ähm, 1, 2 Geschenke verpacken, die jetzt noch anstehen. Dann werde ich das auch alles leer räumen und dann, also hier, ähm, das, da darf sich mein Mann noch mit beschäftigen. Hier hängen unsere Winterjacken und da sind auch unsere Koffer drin. Ähm, das ist hier schnell ausgeräumt, aber hier diese obere Reihe, das ist alles irgendwelches Werkzeug, ähm, Schrauberzeug von meinem Mann. Ähm, da habe ich ein bisschen vorsortiert, aber ansonsten, ähm, darf mein Mann da sich mit beschäftigen. Deshalb habe ja alles ich hier in der Wohnung ausgeräumt. Dann hier, Ninos Schrank, ähm, da hatten wir ja auch ein paar Sachen von uns gelagert. Da ist auch nicht mehr so viel drin. Hier war in den Fächern, ähm, meine ganze Umstands, äh, Mode. Ähm, die habe ich schon eingeräumt. Hier ist jetzt noch meine Tragejacke und ein Kleid, was ich noch in den anderen Schrank räumen will. Und noch, ähm, Ninos Reisebettchen. Ansonsten ist das auch schon leer. Hier sind jetzt auch nicht mehr so viele Sachen drin. Da war, ähm, was war denn da drin? Ein paar Spiele, die ich für Nino zurückgelegt hatte, die man, ähm, ja, die ich ihm nicht alle gleich geben wollte. Wenn er zum Geburtstag oder zu Weihnachten viel bekommen hat, dann, ähm, habe ich da ehrlich gesagt immer ein bisschen was zurückgelegt. Hier sind jetzt auch nur noch ganz wenige Sachen drin. Ansonsten sind hier in den Schubladen noch, ähm, Bettwäsche und, ähm, so dieses Winterzeug für den Buggy-Aufsatz und so weiter. Aber das ist eigentlich jetzt auch schnell ausgeräumt. Dann hier mein Horrorschrank. Es sieht immer noch ein bisschen unaufgeräumt aus, aber es ist schon ganz, ganz, ganz viel weg. Hier oben leer. Hier sind noch Windeln für den Leo. Das Fach ist eigentlich so gut wie leer. Da ist noch, ähm, Ninos Kita-Ordner. Hier sind die aktuellen Windeln von den Kindern. Und hier unten auch noch ein bisschen Creme-Geschichten. Und hier eben die Klamotten von Nino. Aber ansonsten ist der Schrank auch schon ausgeräumt. Da hatte ich dann die Sachen drin wie, ähm, Sterilisator, die ganzen Babyfläschchen, ähm, die Kartons für die Babyfonds. Ich bin ja so ein, ähm, ja, jemand, der die Originalverpackungen gerne aufhebt. Ähm, ja. Ansonsten, ihr seht dann hier schon die Bilder, ähm, von Ninos sind alle schon, ähm, weg, die wir hier aufgehangen haben. Ähm, ein Teil von, von den Spielsachen hier habe ich schon aufgeräumt, eingeräumt. Der Kaufmannsladen ist schon leer gekauft. Ähm, ja. Also hier habe ich auch schon wirklich einiges rausgeräumt. Und ja, also das ist der aktuelle Stand, ähm, was ich unbedingt mal machen will. Hier unser Schuhschrank. Ähm, da will ich auch noch einiges aussortieren, weggeben. Ähm, weil da sind auch Schuhe drin, die ich sehr, sehr lange nicht mehr angezogen habe und die jetzt auch nicht mehr mein Geschmack sind. Und dann muss ich mir noch irgendwas überlegen, ja. Was ich hier mit meinen ganzen schönen, ähm, Pumps mache. Ach, ich habe es echt geliebt, solche Schuhe hier, ähm, äh, an die Arbeit anzuziehen. Ich weiß nicht, ja. Also weggeben werde ich so, denke ich, nicht. Die sind übrigens unfassbar bequem, auch wenn sie gar nicht so aussehen. Ich liebe diese Schuhe. Ähm, aber ja, ne. Ähm, mein Leben vor den Kindern. Ja, alles für meine Schuhen schon. Meine Schuhe, die ich, ähm, zur standesamtlichen Hochzeit anhatte, hatte ich ein weißes Kleid und so ein, ähm, Bolero-Jäckchen in, ähm, diesen, ja, Pfirsich-Lachston. Erinnerungen, Erinnerungen. Ja, auf jeden Fall, da werde ich auch nochmal ganz kräftig durchgehen. Und, ja. Dann, ähm, fehlt auf jeden Fall noch, ähm, klar Schlafzimmer. Äh, mit den ganzen Klamotten. Aber ich denke, viel ist schon geschafft. Und, ja, ich gebe jeden Tag mein Bestes, eins, zwei Kisten zu packen. Neben den Kindern, neben dem Haushalt, neben was alles sonst noch so ansteht. Genau. Jetzt habt ihr auf jeden Fall mal einen Überblick. Ähm, wenn ihr noch irgendwas dazu loswerden möchtet, wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt, dann gerne her damit. Ansonsten freue ich mich tatsächlich auf das Einräumen. Wenn alles wieder so eine neue Struktur hat, wenn man, ähm, wirklich von vorne wieder anfangen kann, irgendwo Ordnung zu schaffen, ähm, vielleicht auch ganz anders und neu einzuräumen, anders zusammenzupacken, als es jetzt hier in der Wohnung war. Wirklich nochmal so einen Neustart zu haben. Ähm, und dann hoffentlich, ähm, gewisse Ecken nicht mehr ganz so, ähm, ja, zuzumüllen, wie man es dann eben vielleicht hier dann gemacht hat. Genau. So. Ich denke, das Video war lang genug. Ich hoffe, es war auch interessant für euch. Lasst mich da gerne mal wissen, ob ihr sowas interessant findet. Ob ich euch jetzt hier in den letzten Tagen noch weiterhin mitnehmen soll mit Ausräumen und so weiter. Dann versuche ich es. Ähm, ansonsten, ja. Würde ich mich auch freuen, wenn ihr zu einem neuen, anderen Video wieder einschaltet. Ich verabschiede mich jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020